wir haben jetzt folgende möglichkeiten entweder wir bauen uns alle direkt ein und leben dann fortan aus dem nah haften schatz des meeres oder die alternative yolo wir gehen einfach drauf und gucken dass wir so viele leute wegreißen und wenn es irgendwie schief geht wir merken wie scheiße jetzt haben wir uns doch ein bisschen übernommen können wir sagen oh sorry ausgerutscht weil wir sind ja alt wir sind ja alt und rutschen auf der staturen ganz gerne mal aus ich würde sagen wir gehen in den wald dann baut jeder holz ab ich baue mich runter macht steinzeug ihr macht euch holzzeug und dann erstmal scouten wenn alle stein sachen fertig sind geht's los und dann ficken wir die weg alles klar kleiner vorschlag pass auf 17 30 ja die zeit geht runter da ist fünf vier drei zwei zuru beginnt leider gleichzeitig wir machen playlist watch together der geile zuru song auf unseren ohren zack 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 wir rennen los alle wir rennen los ja der ist schon der erste tot und los ok es geht los so das sollten wir uns erstmal treffen ich weiß dass selten hier links von mir ist der ist auch hier ja tage ist auf dem weg wir rennen alle vom strand weg in richter richtung mitte ja wenn wir dann wirklich genau vor dem dorf sind kann ich auch probieren ins dorf zu rennen ja bei den häusern ist keiner bei den häusern ist keiner bei den häusern ließ alle sieben hatte erzählt dass in den dörfern essen ist jetzt jemand hat ein schwert ihr leute da ist jemand kommt weiter weg weg also wir können davon ausgehen leute 20 25 maximal 30 sekunden dann haben die pvp superplayer haben schon schwerter hat ein schwer pebel ich habe kaputte texturen ist das regelverstoß dieses freie wald stück durch den wald lang auf diese riesen fläche da sind bestimmt viele leute jetzt hier los geht's und dann wird das mal schön gesneakt und dann und dann lauschen wir dann lauschen wir kommt da jemand moment mal ich hab doch gerade nahrung gesehen hier der minister morgen ist direkt neben uns dann kommen die leute dahin denken können sie schon nahrung bluten und dann attacke von oben alter zack muri tot ich habe vergessen wie man ein schwert macht wir können die küche hier brauchen auf jeden fall nahrung weil wenn wir nämlich drauf ballern und nicht regenerieren dann ist so oder so tot heilen können wir uns eh nur mit dem gold abflöse das wird man nicht erreichen aber wir können ja schon essen und dann regenerieren oder nicht ach so das ist das du regenerierst nicht durch essen das heißt wenn ich runter geschnipselt werde auf ein auf ein auf ein herz dann habe ich das restliche projekt ein herz bis ich ein goldapfel esse wo du eine suppe trinkst alter mit meinem schwer bist du behindert alter ist aus versehen da tun wir erst so als würden wir wir wollen hier ein friedliches dorf gründen wir sind kaufmänner aus dem fernen osten und wir haben frische waren mitgebracht und ich sehe mich gerade schon oben weißt du schön mit dominik auf so einem dachboden genau so wie wir uns vorgestellt haben erinnerst du dich ja ja perfekt und dann wenn die leute gerade so dabei sind an uns vorbeizulaufen dann werden schön die messehände raus geholt und schmocki warm mit wenig und so lass weg ja okay alles klar und weg sind wir schon wieder am abhauen ja das könnten wir natürlich auch wir könnten natürlich auch vom dorf direkt zu diesen da die ganzen blumen wegnehmen hier sind braune pilze oder sehr gut dann können wir jetzt schon tatsächlich kann er uns jetzt schon zu suppen machen dann kann ich pepe regenerieren oh rewe hier unter der unten hier unten sind rewe und energy ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass wir die folge nicht überleben hier haben sich glaube ich runter gebaut eins von seinem die bauen hier irgendwo ich höre doch ach du scheiße da sind vier leute von mir da hinten ist schmocki hier ist jemand da kommt jemand da kommt jemand da an der bergmann herbergmann herbergmann und so jungs jeder da sind sie da sind sie da sind sie unten hier unten hier unten ich glaube die wollen mich rasch nicht da die wollen ja schon max kam auch was komm auch lass hier rein das ist das ist eine kritische situation ich glaube die sind aggressiv auf euch und dann muss du ran pushen ich muss ran pushen in vier leute wir pushen wir pushen wir müssen zusammen ran pushen schmocki macht friedenszeichen okay wir haben aber friedenszeichen gemacht ich weiß es nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht okay 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 ich glaube die wollen runterkommen ich check die situation mit schmocki nicht so ganz alleine unterwegs oder gehört ja aber einer muss den auf jeden fall im auge behalten die legen uns frei die legen uns frei jungs die haben auch krassen stuff ne ja wir müssen wir müssen jetzt reagieren wir müssen reagieren schlagen man das ist ja ich meine stegi ist auch hier ne stegi ist direkt daneben der der geht auch grad zu reden ich glaube es ist keine gute idee daran zu gehen ist zu eng schmocki wir müssen jetzt was machen wir müssen was machen wir müssen was machen ich weiß jetzt nicht ob die aggressiv sein wollen oder nicht ich weiß es nicht aber wir müssen jetzt reagieren wir müssen jetzt irgendwas machen die guckten er kommt glaube ich felsen kommt da hoch felsen kommt auch noch schmocki hier oben alles klar und weg sie sehen friedlich aus ich weiß nicht ganz komisch wir müssen uns unserem standing auch bewussten sein ja also wir unserem friedlichen standing die wollen die wollen auch kein leben verlieren hinter uns kann ich bin einfach moralisch zu sehr gefestlegt ich weiß nicht was die wollen ich weiß nicht was die wollen ppe ppe meinst du komm zurück komm zurück was machst du denn die sind zu fünft die sind zu fünft ja jetzt sind sie zu fünft die haben nur gewartet bis wir töten das ist das schild tun revie ich meine ich denke mal revie hat auf jeden fall die lektion gelernt so schnell tauscht er nicht noch mal auf die haben wir es aber gezeigt jetzt hier ganz schön sein grundstück kaputt gebuddelt gerade ich sehe doch simons wachendes big brother auge über uns wie man guck mal hier alter sein scheiß bambus ich nehme alles mit hier die haben wir es aber gezeigt spinne spinne sie focus nebe ey die macht so viel schaden haut weg es sollte es sollte ich ich habe die situation oft genug in barrow es sollte immer einer wirklich gucken mindestens ich brauche mich zu unge hol uns zu dir das petri down das trifft ich jetzt aber schwer schwere verlust ja da sind drei das vier leute die haben bock zu ballern alle haben richtig wir haben inzwischen so viel zeit verschwendet dass es unten unvermeidbar wird dass wir jetzt in die erde gehen ins eisen fahren ja gut wollen wir das dann hier machen eine gute umgebung hier ist ein boot ich bin weg ihr habt ein neues leben einer tschau geh ins wasser geht ins wasser da gibt es einfach da steht alle eisen alter die schwitzer so ein kleines crafting tutorial hätte ich doch noch mal machen muss halt echt seit einer dreiviertelstunde schon so was von dermaßen auf toilette ihr glaubt nicht was ich gefunden hab was hast du gefunden ja guck mal da unten das ist ein eisen tatsächlich haben wir einen diablock gefunden obwohl es loll dürfen wir den nutzen ja wir gucken das kannst du mit eisenspitze abbauen oder ja aber da ist ja auch eisen was haben wir denn hier gerade die sollten doch raus sein also vor allem nicht natürlich aber vielleicht ist das schon was oder oder war das tut was du hast du gesehen hast da ist ein block verschwunden ja hier bauen sich leute entlang was wo sind schmocki mach mal zu mach mal zu da Pepe ist verloren pepe ist verloren übrigens wurde übrigens haben wir das haben die leute das mit dem diablock weitergegeben der ist weg den haben sie gerade entfernt den haben sie gerade entfernt hey die waren alles 31er nix mehr einigen können unge für mein diablock wieder den haben wir dahingestellt ich hab so viele gegner getötet Das ist schon Bock, wenn wir einen Block draus gecraftet haben. Hat gerade noch einer von euch abgebaut? Baut einer von euch ab? Hat ja ihn abgeschwitzt gerade. Achso, ok, ok. Oh, ich muss aufs Toiletze... Hier ist es auch viel zu eng, Tim. Geh aufs Klo, geh aufs Klo. Ja, ok, ok. Ich muss jetzt irgendwie... Ich muss was auf meine Tastatur legen, dass ich dauerhaft sneake. Äh, 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 äh. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden von jemand anderem. Einen Weg? Oh, das ist jetzt nicht gut. Ne, 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 Tim ist gerade nicht da. Ja, Tim ist gerade nicht da. Lass mal hier noch was bitte. Hier, hinter dir, Pepe. Wir können gerade nix mägen. Ich höre hier nur die ganze Zeit Zombie-Geräusche, das ist auch nicht so geil. Rewi, Rewi kommt zu uns, die wollen uns killen. Ehrlich? Ich glaube, die sind bei uns. Ja, ja, die kommen gleich, die kommen zu Moonday und so, ne? Lass weg hier. Ich baue alles weg, ich baue alles ein hier. Mach die Fackel weg. Die killen uns! Leute, hä? Die bist glaub ich da. Oh, die kommen. Die kommen! Ich sehe die Namen hoch. Von hier unten. Von hier, unter dir, unter dir. Da kommen die. Ich sehe es, ich sehe es. Mach mal zu, mach zu, mach zu, mach zu. Mach die Fackel weg. Wird nicht alle hier so einander im Weg rumstehen? Nein, die dürfen nichts bauen, sonst hören die das. Aber Tim ist gerade nicht da, der ist auf dem Klo. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass der genau jetzt weg ist, Alter. Da ist der Tim auf dem Klo. Guck mal, wie er steht und grinst. Wir grinsen sich seinem Toten. Und vor allem Tim braucht immer so lang auf dem Klo. Das wird ja keine kurze Session oder sowas. Der ist eine halbe Stunde weg. Ja, die kommen. So, jetzt kommt. Komm, komm, komm. Lass hier rein. In meinen Gang. Kommt in meinen Gang. Kommt hierher. Okay. Ja, lauf! Los, komm. Geh, geh, geh durch. Was passiert denn? Durch, durch. Die kommen uns holen. Die wollen uns holen, komm. Soll ich zubauen? Nein. Jetzt. Warte, 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 kurz. Was machen wir denn hier? Geht mal, geht mal da rein. Geht mal da rein. So Vogelfutter gerade. Geht mal da rein. Ich muss hinter uns mit diesen, das ist das Gute an diesen Steinen, dass man die eben nicht erkennen kann. Deswegen können wir hier anderer Zieg zubauen. Oh Gott, ist das weg. Die wissen nicht, wo wir sind. Das ist ein richtiger Krimi hier gerade. Entschuldigung, Krimi. Komm, jetzt mal auf dem Klo. Einfach irgendwie weiterbauen. Einer. Rewi, Schmockimo, Faisen. Die sind alle ungesneekt gerade. Die sind alle ungesneekt unter uns. Die wollen uns holen. Die wollen uns holen. Ach, scheiße, Rewi. Jetzt kommt natürlich die Rache, ne? Wir haben ja nichts gemacht. Hä? Was für eine Rache für was? Du hast ein komplettes Grundstück verbuddelt, Alter. Ja, ich hab halt im Chat geschrieben, kommt raus, ihr miesen Kakerlaken. Ich glaub, die wollen sich ja eh erstmal, ihr müsst schon den Chat lesen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Die wollen sich ja da gerade einfach nur, die wollen ja einfach nur gemeinsam irgendwie ein Ding machen. Warum ist das nicht ausgegangen? Ist F3 und B nicht erlaubt. Jetzt kommt ja diese Hitbox-Try-Hader hier. Ich trinke mich, Alter. Pepe, kannst du ab und an mal was sagen? Darfst du ja noch wissen, was du lebst? Ich schau einfach nur die ganze Zeit rum. Warte grad'n Name? Hier ist Eisen, Kinders. Niceer Boy, Alter. Ist das Eisen? Das ist Eisen. Oder ist das inzwischen irgendwas anderes? Nee, schieb's hier rein. Da ist Eisen. Oh, wie ich's mach... Oh! Schieb's hier rein, komm, ich seh's nicht. Oh! Ja, hier. Oh! 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 Ja! Ja, komm, lass uns schnell die Schwerter machen. Wir haben genug. Oh, ich glaub, die kommen näher. Ja, ja. Ja, aber sowas von. Guck mal, die haben unsere Höhle gefunden. Ja, mach ne Spitzhacke und ein Schwert. Rewi und Schmocki sind wieder über uns. Dener ist tot, Alter! Dener ist tot! 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 So, baust du mal kurz ins Markt hier ab? Süßer, sweeter Kedos. Ja, ich komme her mit meiner spitzen Hacke und Hacke. Bram ist tot! Nein! Bram ist tot! Oh! 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 Oh nein! Jay und Bram, das ist für euch! Vor allem pro Sato! Da killt jemand komplett Pizza mit! Rest in Peace, Alter! Das ist ja hier zum Ende für das ja noch richtig schwer! Ich glaube jetzt gehen die ganzen Freundschaften auseinander gerade hier. Ja. Na, ich würde sagen, wir gehen mal alle so in 5 Blöcken unterschied. Der Server! 60 Sekunden, Leute! Ok. Ne, wir stellen uns alle in ein Raum, baut ein Schild auf! Schreibt, wir sind Kriegsflüchtlinge! Wenn dann uns einer tötet, Alter, was ist das für ein Titel? Kannst du ein Blit-Beat-Artikel durch. Wir machen ein fettes Schild hier. Nicht, dass du jemanden ermutzt. Schnell machen Schild, machen Schild. Ja, mach ich. Schnell, es ist nicht mehr viel Zeit. Kommt hier rein, kommt hier rein, kommt hier rein. Pepe, los jetzt! Für die nächsten 24 Stunden. Jaja, habt ein Schild gemacht. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Da ist er. Wie viele Leute liegen noch? Da ist er. Alles. Zu viele. Zu viele. Okay, wir können nicht weiter spielen. Weiter geht's. Schnell Try-Hunt. Jede Sekunde schwitzen, schwitzen, schwitzen. Wieso ist der Blau sein Name? Ja, mega. Also das ist nach den letzten beiden ... Ja. Nein. Gib's dir nochmal Tim. Nochmal mit Echo. Ich hoffe, ne? Urge, wir holen dich! Wir fliehen nicht runter auf unsere Insel. Leute, das wird's gewesen sein. Macht's gut. Bis morgen um 18 Uhr. Wir freuen uns sehr auf euch. Und vielen Dank, dass ihr so fleißig dabei seid. Es macht immer mehr Spaß, wenn ihr mit dabei seid. Und man hier nicht alleine streamt, was ich auch ganz gerne mache. Vor allem abends, wenn ich... Leute, macht's gut. Tschüss.